Ah, ich krieg ab'n dritten Hals, Mann! Komm, sterbt alle! So, waren sie das? Nein! Ich hör' sie doch wieder sporen. Waren sie das? Möglicherweise. Wie ein alter Mann. Im ersten Schritt ging das einfach mal hier hin. Interessant. Hm. Du kommst zu mir runter. Ja, und du kommst freiwillig, Trottel. Ah, das sieht nach... ...noch... ...sicherst ein paar Rätseln aus. Okay. Das Rätsel war leicht zu lösen. Komm, schieb! 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 Nein! Ich versuche eigentlich nur da oben an die Wand. Ich meine, das ist auch Holz. Oh Gott. Jetzt ziehen wir das erstmal runter. Ach, sag mal. Ach! Magier, mach's. Ich tu eben das Ganze. Wow. Okay. Noch besser. So, und das wieder. Da sehe ich schon die Fallen. Die ich gerade ausgelöst habe. Bin ich hier schon wirklich durch? Ich gehe erst nochmal wieder runter. Ich meine da unten... ...die Tour. Da will ich auf jeden Fall vorher dran. Das muss ich mir jetzt nochmal... Ach, dafür ist das. Naja, ich gucke uns auch erst nochmal hier, was... Was ist mit dem hier los? Aha. Ach, das ist jetzt mal 9,45. Liegt hier aber auch echt nicht weit verteilt. Hm. In jedem Fall hole ich mir mal den Typen zurück. Ha, normalerweise würde ich ja sagen... Ich könnte das Teil ja auch ruhig so nehmen. Die einfach nur hier rausschieben. Aber irgendwie komme ich damit ja nicht zur Truhe. Da könnte man durch... Kann man von oben dort irgendwie kommen? Zumindest nicht. Wow, wow, wow. Diese wirkenden Nerven manchmal echt... ...die hat leider nicht mehr allzu viel Energie. Und dafür reicht's für... ...so. Und jetzt da nicht eher... ...wählen. So, dann machen wir es jetzt wieder Schritt für Schritt. Was hat mich da getroffen? Habe ich mich selbst mit dem dummen Teil erwischt? Ach, das Teil hat die zur Seite. Wieso kommt von links auf einmal auch noch eins? Oh Gott, das ist ein Neuen. Komm, komm. Ach ja, und ich muss jedes Mal hier hinten wieder durchgehen. Oh Gott. Die Stelle ist mal wieder unglaublich nervig. Hallo liebe Spiele, ich spiele dich zur Entspannung von I Wanna Be The Guide. Du solltest das Spiel nicht nachmachen. Und dieses Teil nervt. Weil es so eh, wenn nicht langsam sich nur dreht. Und sobald man nicht mehr schiebt, das geht plötzlich. So, dann halt... So, dann halt... So, dann... So... so, endlich geschafft jetzt will ich das noch stehen das wollte ich da eigentlich gar nicht das hätte ich da auch einfach nehmen können genau, das nimmt das da weg die passage hat gerade ein paar zu viele nerven gekostet so, dann muss ich mir nur noch überlegen wie ich da hinkomme falls ich es von links vorher machen musste, dann habe ich jetzt ein problem das allererste schiebe ich das ding über den eingang hier, damit ich da auf keinen fall runter falle nur um sicher zu gehen das schiebe ich da ganz nah dran und dann als nächstes und dann noch ein kleineres gut komm, da kann ich doch sicher irgendwie drüber springen ja, genau rätsel gelöst so hört sich doch mal nach was wichtigem an maximal health bei 15% kriegt wie immer meine wichtigste Tuse ich hoffe einfach mal, dass ich da oben nichts vergessen habe es geht auf jeden Fall weiter mit mehr Lava hm 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 was bringt mir das okay das ist ein bisschen merkwürdig hm nein sowas passiert für gewöhnlich nicht ohne Grund in diesem Spiel also dass ich auf sowas schießen kann da scheint auf jeden Fall mal nix zu sein schnell bevor es kaputt geht ich vermute ja hell sogar scheinbar ähm komm ich sehe doch, dass ich dich kaputt machen kann hm das ist schon halbwegs interessant ich kann vieles hier irgendwie kaputt machen, aber ja das bleibt dann mal nach da unten so, das ist doch schon mal am Anfang das tut ich mal dort rein oh Gott kannst du daran sterben? hm das verwirrt mich irgendwie ähm ups was war das? wollte ich gar nicht da unten rein das lege ich mal da hin ok ein bisschen dich bewege ich dich bewege ich da hinten hin und ich mach' kaputt so wieder Fortschritt eine halbe Stunde geht die Aufnahme schon und ich hab' diesen Level nicht mal im Ansatz geschafft naja das sind ja jetzt zwei Parts ich mach' mal einen Cut, damit ich nachher leicht schneiden kann ich mach' mal ein bisschen genau die Vielen Dank.